nehmen wir mal kurz alles weg und machen es größer allein schon dieses Bild hier unten das sieht herrlich aus mit der hohen Mauer hier und allem oder noch die Wasserfälle wenn man sie richtig sieht ich schwärm gerade ein bisschen wir können auf keinen Fall hier bleiben was haben die für Probleme hast du nicht im Eingang zu Nethias Kreuz und Näher siehst du zwei Gestalten die aufgericht miteinander reden die Frau durchtet nach Norden während sie spricht ich weiß nicht ob wir es uns leisten können hier zu bleiben die Region ist zu instabilen und unser Geschäft leidet darunter und wenn ich noch einen einzigen Weg zur Zahl muss oder mehr Wachgeld abdrücken habe ich keine zwei Ringe mehr die ich aneinander reiben könnte aber wohin gehen wir die ganzen Stufen gibt es keinen sicheren Ort vielleicht können wir zur Wachplatzfestung gehen Gerüchte zufolge sind die Stürme abgeklungen dann wäre da noch die Frau verstummt als sie dich sieht Schicksalsbinder du beehrst uns mit deiner Anwesenheit sie verdreicht sich und verpasst ihrem Assistenten einen Schlang auf den Hinterkopf der Jungmann verbeugt sich ebenfalls wer seid ihr? ich oh Schicksalsbinder ich bin nur eine bescheidene Held der Redung ganz gewiss nicht von Bedeutung meine Assistent und ich wollen lediglich entscheiden wohin wir als nächstes ziehen in Nethias Kreuzung sind die Bedingungen für Geschäftsleute ein wenig zu unberechenbar geworden was ist denn das Problem? abgesehen von meinem Wunsch die Stadt zu verlassen bevor ihre Anführer sie zugrunde richten nur Schicksalsbinder ich will nicht schlecht über das Kyros Matter sprechen aber die Gespäten kontrollieren im Augenblick Lethias Kreuzung und ich weiß nicht ob sie dafür wirklich qualifiziert sind sie wachen sehr streng über alles niemand den ich kenne ist froh dass sie hier sind für gewöhnlich würde ich so etwas nicht sagen aber ich verwende meinen letzten Ring dass es sogar der Schallerrote Kurs besser machen würde Autsch wenn du wirklich mit ihm zu tun haben musst die momentane Anführerin der Geschmiede in der Stadt ist wie Vintara sie beugt sich zu dir und spricht leiser wenn du aber mit jemandem sprechen musst solltest du lieber Eldian aufsuchen er ist der wahre Anführer dieser Stadt er ist gerecht, glück und äußerst besonnen sie deutsch nach osten über den Fluss der durch die Stadt fließt du findest sie beide dort drüben Vintra ist gerne draußen unterwegs damit sie alles kontrollieren kann Aedalef ist vermutlich in seinem Haus Vintra treibt sich meist dort in der Nähe herum was kannst du mir sonst noch über Lethias Kreuzung erzählen was es zu sagen gibt Lethias Kreuzung war gerade dabei aufzublühen zum Zentrum des Handels in den Stufen zu werden Anlaufpunkt für Händler aus allen Ecken sie läuft und blickt sich um durch die jüngsten unerfeuerlichen Ereignisse ist der Handel hier fast zum Erliegen gekommen wir haben kaum noch Kunden durch den neuen Wegzoll der auf den Straßen in die Stadt erhoben wird ist es ein Wunder dass überhaupt noch jemand kommt deswegen verschwinde ich von hier kannst du mir etwas über dieses hier gehen sagen ich erkenne es nicht aber vielleicht weiß jemand der andere hinter etwas irgendjemand hier muss es auf seinen Reisen schon einmal gesehen haben dann danke für deine Zeit es war mir ein Vergnügen schützt als bitter vielen dank für deine Unternehmungen und mögest du immer einen Ring in Reichweite haben so eine Verwurzelungssigil und ein paar andere Sachen hat mich das irgendwas gekostet eine Sigil diese Schriftrolle enthält einen magischen Akzent der einen Gewalt- oder Anthropiezauber um die Beeinträchtigung verwurzelt erweitert Gewalt- oder Anthropie das war ja zum Beispiel das hier ist ein Gewalt- äh Gewalt-Ding das könnte ich nö ja da ist da Anthropie du musst ein Kern-Sigil wählen bevor du fortfährst das hier geht das Frostfeuers habe ich eine Anthropie nö die Anthropie-Form habe ich wohl scheinbar noch nicht na gut ah Akzent hat er dafür sorgt dass er Zauber noch den Wirken für kurze Zeit die Erholungszeit verringert Frost und Feuer führt dazu dass ein ferner Aufprallzauber sein Ziel in einer Linie durchdringt ferner Aufprall habe ich aber was wäre das hier also ich könnte zum Beispiel hier hä kann ich nicht kann ich dich vielleicht ja dich könnte ich bist du gar kein Pferder Aufprall doch du bist eigentlich ein Pferder Aufprall aber du wirkst halt anders aber dich könnte ich zum Beispiel damit verbessern wenn ich genügend Wissen hätte äh aber das hier könnte ich mal mit besserer Reichweite versehen genauso wie bei dir hier was habe ich denn bei Landfuck noch dazu gestopft ah da geht das weg und das hinzu dass das schneller abklingt kann ich hier noch was nö hier könnte ich auch die Genauigkeit wegnehmen und das hier hinzu ja könnte ich ja gemein bei den ganzen Dingern mal noch hinzufügen gut haben die was zu sagen du hast ordentliche Asenat dabei schickst als Pinder ja die Leute schießen es vielleicht nicht wie die Garnison es behandelt aber wenigstens beschützen sie die Siedlung Willkommen Lidians Kreuzungsschicksalspinder da wenigstens erkennen die mich und lassen mich hier schön ein so hier ist ein wichtiger Punkt sehe ich der Sonnenaufgangsparkt ich bin im Dienst spricht mit jemand anderes ja dein Händler wohl ein bisschen Probleme hey Leute sind nichts ungewöhnlich in Silitians Kreuzung was haben wir hier Käse hallo schickst als Pinder ich habe mir was zu verkaufen wenn die der Sinn danach steht da reden wir mal kurz mit ihm guten Tag mein lieber Freund kann ich dich für Vorräte aller Art begeistern man weiß ja nie was einem auf seiner Reise so widerfährt kannst du mir was über diese Gäse sagen ich erkenne es nicht aber vielleicht weiß jemand der anderen Händler etwas ja zeig mir mal was du zum Verkauf anbietest wir werden bestimmt was finden was du brauchen kannst in den Stufen geschmiedeter brauchst du noch Großspeer oder what das sind Nahkampfwaffen ja Giftshungel der klingt ja böse und alles andere ist jetzt nicht wirklich was besonderes nee bei dir können wir allerdings Schrott verkaufen das hier und ja den Helm der Brosne Bruderschaft und gestacheltes Kettenhemd hat schon das Momentum will ich bei mir halten aber so grüne Stiefel kann ich verkaufen genauso wie den Brosnen Morgenstern und den Morgenstern der Brosne Bruderschaft das sind Quest Sachen die brauche ich noch alle und das hier ist eigentlich alles bunt durchgemischt so wie ich meine High-Track-Giga verkauft habe jedenfalls die schwachen Gegenstandstyp Schleifstein Geisteressenz na gut verkaufen wir das mal und dann gucken wir mal was die beiden für ein Problem hier haben und du kennst das Gesetz es handelt sich um Schmuggelwahl du darfst sie weder nach Lizenzkreuzung einführen noch verkaufen Schicksalswitter ich bitte dich um Hilfe hilft mir er dieser Grubi an mir mein Eigentum abnimmt worum geht es denn hier es ist Raub darum geht es hier dieser Soldat hat mich aufgehalten und will meine Waren beschlagnahmen du musst entscheiden du weißt dass diese Situation nicht einfach ist Lorenz aber wenn du um eine Entscheidung bitten möchtest werde ich dem Schicksalswitter meinen Fall darlegen ich verschaffe den Gesetzen des Archon der Gerechtigkeit Geltung meine Entscheidungen sind endgültig bist du sicher dass du das willst wenn ihr mich mit einbezieht müsst ihr meine Entscheidung akzeptieren stimmt dir zu nehmen wir das erste ich werde mich an deine Entscheidung keinen Schicksalsbinder also wie lautet deine Beschwerde Bürger wir möchten lediglich diese Waren in der Stadt verkaufen die Waren selbst verstoßen nicht gegen das Gesetz es ist nichts an ihn auszusetzen aber doch will Aulus sie beschlagnahmen und warum willst du sie beschlagnahmen? er will Waren einführen die er aus illegaler Quelle bezogen hat wir erlauben es nicht dass vom Chor erworbene Waren in Lithians Kreuzung verkauft werden das ist eigentlich bei ihm bekannt er sollte nicht überrascht sein dass wir seine Waren beschlagnahmen diese Waren sind nicht illegal warum willst du sie dann beschlagnahmen? Schmiergeld von Lorenz fordern Schmiergeld von Aulus fordern du versuchst Waren von illegalen Lieferanten zu verkaufen? woher wir sie haben ist irrelevant die Waren selbst sind nicht illegal sie werden in Lithians Kreuzung gebraucht der Kleiderliche Streit zwischen den Geschmähten und dem Schallachroten Chor hat mit diesem Geschäft nichts zu tun leider doch hier haben nämlich die Geschmähten das Sagen weil ich ihnen das Sagen übergeben habe und wenn sie hier wenn du hier jetzt anfängst den Waren zu verkaufen die den Chor unterstützen also das Geld dann ist das doch ein Problem diese Waren sind nicht illegal warum siehst du sie dann beschlagnahmen? der Kauf und Verkauf von Waren von der Borse und Bruderschaft und dem Schallachroten Kurs sind verboten Gesetz ist Gesetz nur weil jemand mit dem Gesetz nicht einverstanden ist darf er es nicht einfach ignorieren ja dann gucken wir mal also ich bin bereit eine Entscheidung zu treffen diese Waren können von Bürgern und von Lithians Kreuzung könnten den Bürgern von Lithians Kreuzung helfen uns während Verschwellung sie zu vernichten es soll uns erlaubt werden sie hier zu verkaufen diese Waren wurden auf illegalem Wege beschafft sie sollten beschlagnahmt werden sie sind gesetzeswidrig als anderes in der Welt nur Red kann seine Waren behalten und verkaufen seine Quellen mögen zwielichtig sein doch die Waren sind in Ordnung doch selbst die Waren sind in Ordnung einer muss doch die Waren beschlagnahmen sie wurden auf illegalem Wege beschafft dies soll allen eine Lektion sein illegal beschaffte Waren vertreiben wollen die Waren werden nicht beschlagnahmt sondern kostenlos unter den Dorfbewohnern verteilt wir haben eh Probleme hier wenn ich mir das schon anhöre und bevor mir hier die restliche Bevölkerung wegläuft hol ich mir lieber bei beiden mal Zorn ab aber Schicksalsbinder wie kann das sein wir haben vereinbart uns an die Entscheidung zu halten und das werden wir der Schicksalsbinder hat gebrochen zieh weiter es scheint dass eine solche offensichtliche Perfektierung der Gerechtigkeit möglich ist aber ich habe geschworen da entscheide mich hinzunehmen so ist es Schicksalsbinder FUBU 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 darf ich neu laden nein ich stehe jetzt dazu da will man einmal das richtige tun und dann geht das so aus altgebundener altgebundener hier geht es über die Fluss altgebundener Siedler Siedler noch eine Händlerin und noch ein Händler die Siedler haben sicherlich nichts Neues zu sagen einen guten Tag darf ich dich für die Vorräte aller Art begeistern wer weiß was dir außerhalb von Lidians Kreuzung begegnet was kannst du mir über die Siedler sagen Baselian blickt es ein am veganen Schild in den Kopf ich erkenne es nicht aber ich mische mich auch nicht in Angelegenheiten außerhalb von Lidians Kreuzung ein wenn es nicht sein muss hier eigentlich Bronze weiß vielleicht etwas er ist viel herumgekommen dann zeig mir mal was du zu verkaufen hast Tag der Wiederbelebung verzweifelte Abhilfe also sie verkauft Sigil des Blitzes die Sigil habe ich glaube ich noch nicht Frost habe ich ja das steht sogar drunter ich kenne die Sigil bereits okay alles andere ist irrelevant